PayPal ist immer noch das Sorgenkind vieler Investoren, da die meisten nicht einschätzen können, ob sich die Aktien jemals wieder erholen werden. Trotzdem müssen wir fairerweise sagen, seit dem Tief im Oktober 2023 haben sich die PayPal-Aktien um mehr als 30% erhöht. Und aktuell sieht es so aus, als würde bald ein sehr spannendes Signal ausgelöst werden. Da ich tagtäglich zu PayPal ausgefragt werde, werden wir uns heute sehr intensiv mit PayPal beschäftigen. Auf der einen Seite mit den fundamentalen Daten, mit dem Geschäftsmodell sowie den Problemen von PayPal und auf der anderen Seite mit der Chart-Analyse, um bestimmte Support- und Resistance-Level identifizieren zu können. Sollte dir wie immer dann der Content auf diesem Kanal hier gefallen, dann kannst du mich jetzt komplett kostfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibst du natürlich auch weiterhin up to date und schreib mal sehr gerne deine These zu PayPal unten in die Kommentare. So, dann lass uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und hier im ersten Schritt mit den fundamentalen Daten, mit den Vorteilen, aber auch mit den Nachteilen von PayPal beginnen. Und wie vorher schon erwähnt, im zweiten Schritt fokussieren wir uns dann auf die Chart-Analyse. Übrigens, für jeden, der sich jetzt noch mehr für PayPal interessiert, auf meiner Webseite finerofolio.de habe ich eine komplett kostenfreie Analyse mit euch geteilt, also gerne dort austoben. Für uns ist jetzt auf jeden Fall wichtig, sich auch mal mit den Eckdaten von PayPal zu beschäftigen, um zu verstehen, dass das Geschäftsmodell immer noch stabil ist. Also es ist jetzt kein Unternehmen, bei dem man jetzt unbedingt Bauchschmerzen haben müsste, denn es wird immer noch ein Umsatz von unglaublichen 29 Milliarden US-Dollar generiert und PayPal ist profitabel, also das müssen wir auch berücksichtigen. Es wird nach den offiziellen Rechnungslegungsgrundsätzen, das sind diese Gap-Nettogewinne, dort wurden dann alle Kosten abgezogen, auch zum Beispiel die Steuern und so weiter, immer noch ein Gewinn von 4,2 Milliarden US-Dollar generiert. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer und wir haben immer noch einen freien Cashflow von 4,2 Milliarden US-Dollar. Der größte Vorteil, den PayPal jetzt aktuell den Investoren anbieten kann, ist jetzt die Bewertung. Das heißt, nach all diesen verschiedenen Bewertungskennzahlen, Kursumsatzverhältnis, Kursgewinnverhältnis oder auch das prognostizierte Kursgewinnverhältnis, erscheint PayPal jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Aktien jetzt aktuell am Aktienmarkt nicht wirklich teuer. Also dementsprechend könnte es zumindest jetzt für die mittelfristige Zeit ein sehr interessantes Investment werden. Wir werden uns natürlich auch jetzt mit den Herausforderungen von PayPal beschäftigen müssen, denn es gibt ja einen ganz bestimmten Grund, warum die PayPal-Aktie so stark abgestraft wurde und diesen müssen wir nicht nur besprechen, sondern auch verstehen, damit wir einschätzen können, ob PayPal das Potenzial hat, sich in der Zukunft wieder zu erholen. Dafür müssen wir einmal in die Vergangenheit gehen, denn wir sahen ja zum Beispiel vor allem im Jahr 2021 diesen extremen Hype, als PayPal dann auf einmal nach oben schoss, weil einfach die Erwartungen der Investoren auf einmal ganz groß wurden. Warum war das der Fall? Nun ja, in der Welt der Pandemie, das wissen ja auch viele von euch, im Jahr 2020, 2021 hatten wir eine Pandemie und dementsprechend wurde die Welt einfach deutlich digitaler und so sahen wir auch zum Beispiel, dass PayPals Wachstumsrate auf einmal nach oben schoss und dementsprechend haben auch sehr viele Investoren dann auf einmal angefangen, PayPal als ein echtes Wachstumsunternehmen zu bewerten. Das Problem, was hier dann entstand, die Hoffnungen waren sehr, sehr groß und kein einzelner Investor, kein einzelner Experte, aber auch nicht mal das Management von PayPal erwartete, dass nach der Pandemie auf einmal dieser Boom vorbei sein wird und die Wachstumsraten dann halt komplett in den Keller fallen werden und während dieser Zeit, also quasi während der besten Zeit, die PayPal jemals hatte, haben die strategisch gesehen auch einige Fehler gemacht, denn es wurde sehr viel Geld in die Hand genommen. Man hat angefangen, zum einen Teil dann eigene Aktien bei sehr hohen Bewertungen zurückzukaufen, zum anderen Teil hat man angefangen, in andere Unternehmen zu investieren, die auch sehr hoch bewertet waren und man hat halt alles auf Wachstum gesetzt. Das heißt, man hat dann noch zum Beispiel auch weitere Mitarbeiter eingestellt, weil man davon ausging, dass die Wachstumsrate beibehalten werden könnte. Pustekuchen, jetzt in der Zukunft wissen wir natürlich, die Wachstumsraten sind in den Keller gefallen und dafür gab es dann natürlich an der Börse bei PayPal einen Denkzettel und die PayPal Aktien wurden relativ schnell abgestraft. Wir haben aber auch noch weitere Probleme gehabt und aktuell gibt es natürlich auch noch weitere Hürden, die PayPal auf jeden Fall noch überwinden muss. Also wir hatten natürlich noch ein Problem mit der Weltwirtschaft, denn PayPal hat eine Korrelation zur Weltwirtschaft. Das heißt, wenn wir uns in einer Rezession bewegen, beziehungsweise die Weltwirtschaft schwächelt, dann wird PayPal logischerweise auch weniger Geld verdienen, denn die verdienen, wenn wir Konsumenten Sachen kaufen. Also das ist quasi das Geschäftsmodell von PayPal und dementsprechend ist es natürlich nicht gut, wenn die Weltwirtschaft schwächelt, dann kaufen Leute generell weniger Sachen und dann verdient PayPal auch weniger Geld. Und das Thema Konkurrenz ist jetzt in letzter Zeit sehr groß geworden bei PayPal. Das sollte man vielleicht auch berücksichtigen, denn die bekanntesten Kreditkartenunternehmen sind natürlich auch unter anderem Konkurrenten von PayPal. Jetzt mittlerweile interessieren sich aber immer mehr Player für diesen Bereich, so zum Beispiel auch die Tech-Giganten, so wie Apple und Google. Das sind schon ernstzunehmende Konkurrenten. Insgesamt ist dieses Geschäftsfeld schon sehr, sehr hart umkämpft und deswegen ist PayPal jetzt für mich jetzt kein Unternehmen, wo ich sage, in den nächsten 20 Jahren braucht man sich nie wieder Sorgen machen. Aber zumindest mittelfristig werden hier sehr interessante Chancen geboten. Zum einen natürlich die attraktive Bewertung von PayPal im Vergleich jetzt zum Beispiel zu vielen anderen Aktien an der Börse. Zum anderen haben wir einen neuen CEO, der schon einige Änderungen angekündigt hat, die ich persönlich auch als richtig erachte und da wird es spannend sein, wie sich das auf jeden Fall in den nächsten Quartalen noch entwickeln wird. Wir haben ja, wie vorher schon besprochen, gesehen, PayPal hat in den letzten Jahren wirklich sehr viel Geld investiert, unter anderem mehr Leute eingestellt, unter anderem viel in verschiedene Unternehmen investiert und hier hat man sich jetzt dafür entschieden, Kosten zu optimieren. Das heißt, Leute werden jetzt entlassen. Das ist definitiv sehr, sehr gut für das Unternehmen. Zum anderen, wie gesagt, wir haben halt hier viele verschiedene Unternehmen. Das heißt, PayPal ist auch in verschiedenen Bereichen unterwegs. Wir haben hier Venmo, Zettler, Braintree, Honey, Xoom und PayPal sogar als Kryptobroker. Könnt ihr euch alles gerne durchlesen. Also sehr, sehr interessant. Und wir müssen natürlich jetzt auch verstehen, dass PayPal angefangen hat, das Kapital viel effizienter zu verwenden. Das heißt, die haben jetzt angefangen, bei den günstigen Kursen PayPal-Aktien zurückzukaufen. Damit werden die bestehenden Aktionäre natürlich extrem belohnt und das wird sich auch langfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken. Nachdem wir jetzt verstanden haben, dass es ganz bestimmte Gründe gibt, warum die PayPal-Aktien so stark abgestraft wurden, unter anderem ja diese extrem hohen Erwartungen der Investoren, die einfach nicht erfüllt werden konnten. Und nachdem wir jetzt geklärt haben, dass PayPal wirklich alle Hebel in Bewegung setzt, um dem entgegenzuwirken, kommen wir jetzt zur Chartanalyse. Mit Hilfe dieser können wir ja vielleicht dann herausfinden, wohin die Reise jetzt hier noch gehen wird. Wie vorher schon angekündigt, PayPal hat sich in den letzten Wochen natürlich schon sehr schön erholt, aber es sind wie bis zum Allzeithoch immer noch knapp 80 Prozent oder sowas. Also das heißt, wir sind hier auf jeden Fall noch sehr, sehr weit davon entfernt. Um hier jetzt niemanden auf die Folter zu spangen, wir haben jetzt aktuell eine sehr interessante Entwicklung und zwar sieht es so aus, als würde sich der gleitende Durchschnitt der 50-Tage-Durchschnittslinie und der 100-Tage-Durchschnittslinie bald kreuzen. Also wir bewegen uns quasi in diese Richtung. Würde das passieren, dann wäre das ein extrem bullisches Signal, denn das letzte Mal haben sich diese Linien gekreuzt, hier kurz vor dem Bärenmarkt, kurz vor diesem Abverkauf. Also dementsprechend, man kann natürlich auch als Investor einfach abwarten, bis man sieht, dass das Ganze sich gekreuzt hat und dann kann man im Nachhinein dann auch einsteigen. Wenn man jetzt risikoaffiner ist und dann überzeugt ist, fundamental von dem Unternehmen, wie gesagt, keine Handlungsempfehlung, bitte eigene Analysen erstellen, dann kann man natürlich auch hier schon einsteigen. Wir haben ja auch diese Linien, die auf jeden Fall als Support fungieren werden und zusätzlich haben wir hier noch einen Support bei 55 US-Dollarn, denn wir haben jetzt aktuell beim RSI-Indicator eine Überkauft-Situation und die MACD-Linien nehmen ein wenig ab. Für mich persönlich wäre es jetzt aber extrem bullisch, wenn wir es schaffen würden, hier unter dieser Resistance bei 69 Dollar zum Beispiel zu konsolidieren oder vielleicht nur noch ein bisschen nach unten zu dippen, also dass wir quasi diese 55 Dollar nicht mehr antippen. Oder im besten Fall wäre es natürlich auch so, dass wir diese 69 Dollar nach oben durchbrechen und dort anfangen zu konsolidieren. So oder so bin ich persönlich bei PayPal immer noch weiterhin bullisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier nachhaltig, weil wir auch diesen langfristigen Trend, das habe ich in den Livestreams mit euch besprochen, den haben wir jetzt nach oben hin durchbrochen, dass wir hier nachhaltig schaffen werden, weiter nach oben zu steigen und dass wir dann hier bei diesen 76 Dollar, das wird halt quasi der letzte richtig gute Einstieg sein, das durchbrechen werden, also die Resistance bei 76 Dollar, wo wir auch sehen, dass der gleitende Durchschnitt der 200-Tage-Durchschnittslinie dann dazukommen wird als Resistance, wenn wir das dann durchbrechen, dass wir dann anfangen werden, nach oben zu steigen. Ich werde während dieser gesamten Zeit euch logischerweise immer wieder Updates erstellen, überlege selber, ob ich vielleicht hier mittelfristig in PayPal einsteige. Wenn ich das machen würde, dann teile ich das auf jeden Fall auf meiner Webseite, finerofule.de, damit ihr als erstes dann eben auch Bescheid wisst. Und wenn ich jetzt mir anschauen würde, wohin PayPal sich noch entwickeln könnte, dann würde ich persönlich sagen, das erste Kursziel wäre hier ungefähr bei 150 US-Dollern, das heißt, dieses Gap wäre das allererste Kursziel und darüber hinaus würden wir uns dann noch einmal hier diese 220 US-Dollar anschauen. Während dieser gesamten Zeit muss man sich aber auch die fundamentalen Daten anschauen und die Bewertungskennzahlen, weil wie gesagt, wir haben jetzt aktuell keinen Hype bei PayPal, es ist jetzt kein krasses Wachstumsunternehmen, wir haben jetzt nicht viele Kleinerleger, die den Kurs einfach anfangen irrational zu pushen oder sowas, sondern hier sind viele institutionelle Anleger mit drin und dementsprechend entwickelt sich das Ganze langsam. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man möchte einen Safe Pick, wo man weiß, da wird Geld generiert, da hat man keine Sorge, dass da Insolvenz angemeldet wird oder generell keine Bauchschmerzen, da ist ein guter CEO, gute Bewertungen dahinter und so weiter und so fort, dann kann man hier natürlich dann auch sich mit geringeren Renditen, die dann aber deutlich sicherer sind, dann zufrieden geben. Ich persönlich, wie gesagt, überlege noch, sollte irgendwas passieren, dann werde ich euch ein Update geben. Mich interessiert aber wie immer eure Meinung, also gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat, dann kannst du mich natürlich auch gerne kostenlos unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal über die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video.